Wenn ich Whisky trinke, dann möchte ich das, weil ich entspannen möchte und dann möchte ich ihn einfach genießen, dieses Gefühl im Mund haben, natürlich auch schmecken. Die meisten Whiskys haben so eine Art, wie wir mit einem Sandtuch über den Mund streichen. Die haben etwas, was unheimlich Feines, was Zartes und das finde ich schön. Whisky spielt eine große Rolle in meinem Leben, weil ich natürlich gerne selber Whisky genieße, dadurch, dass ich diesen Laden hier habe, dass ich selber Whisky-Tastings auch gebe und ja, dass die Whisky-Welt mich auch einfach fasziniert. Größtenteils besteht unser Sortiment aus Einzelfassabfüllungen, das heißt also Whiskys, die es nur in einer kleinen Charge gab, so von 200 bis 500 Flaschen und da haben wir uns darauf spezialisiert, weil das einfach die Ur-Whiskys sind, so wie man sie eigentlich kennt, ohne dass man irgendetwas verändert dran. Also wenn man hier herkommt, sollte man sich Zeit nehmen, um einfach einmal die Auswahl zu sehen und dann natürlich auch die verschiedenen Aromen, die wir hier anbieten, auch genießen zu können. Wir haben ein relativ großes Sortiment offen da und für mich ist es auch wichtig, dass die Menschen, die hier herkommen, den Whisky probieren können und damit sie genau mit diesem Whisky hier rausgehen, der für sie der richtige ist. Ja, Whisky ist ein Gefühl und wenn ich Whisky genieße, dann schalte ich ab, dann bin ich ganz bei mir, fahre runter und bin einfach glücklich.